Moin Moin, hallo und ein herzliches Willkommen bei Knaller Durchgenudelt, Elden Ring, das erste Mal Souls Teil 37 mittlerweile. Ja, wir sind noch in Rannis oder Rannis Turm im Norden, ja im Nordwesten der Karte und haben da einen Auftrag gekriegt von der Hexe und ja, da wollen wir mal durchschnüffeln, was das auf sich hat und springen auch direkt rein. So, mit ihm haben wir ja schon gesprochen. Warum leuchtet da noch die Knuspe? Wir können doch nicht mehr. Meine ich doch, hab ich doch gemacht. So. Ähm, ganz kurz. Wir haben einen Ausguck. Können wir eigentlich wieder raus, ne? Ja, da ist der Nächste, mit dem wir quatschen sollen. Ja, da ist der Nächste. Gut zu endlich treffen. Name ist Blythe. Sworn sword zu Mistress Rani. Glad zu haben Sie. Achso, zu kommen. Ich bin in Limgrave. Die Eterne Stadt Nachron liegt in der Bühne. Ich gehe nach unten, durch die Welle in der Mistwood. Ich sehe, ob ich die Straße nach Nachron finden kann. Ich gehe nach unten, durch die Welle in der Mistwood. Ich sehe, ob ich die Straße nicht finden kann, um mich zu warten. Im Brunnen? Ich gehe nach unten, durch die Welle in der Mistwood. Ich sehe, ob ich die Straße nicht finden kann, um mich zu warten. Ich sehe, ob ich die Straße nicht finden kann. Dann müssen wir jetzt noch den Dritten finden. Ich sehe. Du musst bist Rani's neue Heilling. Ja, ja. Ich habe alles über dich gehört. Ich bin Selvis. Preceptor in den Sorcererischen Arten. Ich weiß nicht, wie es ist. Die Mistress sieht in einer Provinciale, wie du. Aber seitdem wir die Missforschung haben, die gleiche Frau zu servieren, ich sage, dass du gerne versuchen, uns nicht alle mit dir zu drücken. Ich stehe in einer anderen Tower nahe. Das war's? Oh. Das war's? Wo war der andere? Der andere Turm war da hinten. Und da unten ist auch noch einer. Hier habe ich auch keine Gnade gefunden, Rennerturm, vielleicht müssen wir dahin, wo die 5 ist. Ich dachte, ich habe ein Klingeln gehört. So, das ist die Frage, probieren wir den hinteren nochmal, können wir einen probieren, äh, magische Wand. Was? Hä? Irgendwo stimmt da nicht. Ich komme hier nicht weg. Das ist so eine magische Wand. Das ist so eine magische Wand. Keine Ahnung, sonst muss ich nochmal eine Gnade nochmal neu reinladen. Alter, ich kann nicht weg. Oder muss ich mit der Tante da oben nochmal sprechen? Ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht dürfen wir deswegen noch nicht weg. Wer weiß, wer weiß. Das ist so eine magische Wand. Das ist so eine magische Wand. Das war das Rätselslösung. Das ist so eine magische Wand. Das war ja auch nicht blauet. Okay Okay Wir gucken erst mal die Kirche da hinten an Oh Okay Wenn nicht, ist es der andere Turm. Nein, aktuell fest verschlossen. Super, dann suchen wir uns einen anderen Weg. Wie kommen wir da unten hin? Wir reiten bis hier. Dann bis hier. Und dann hier direkt runter. Probieren wir das mal. Eins. Waren wir hier schon drin? Ja, hier sind wir hergekommen, genau. Da ist ja der Saal. Dann haben wir auf jeden Fall hier die zwei. Ich höre schon wieder so ein Klingeln. Wie kommt man da denn hin? Ach so. Untere Ebene auf die obere Ebene. Können wir auch nachher mal checken. Aber erstmal schnüffeln wir hier weiter. Keine alten, zweit und breit. Da ist seine. Leider nix drin. Schade. Da müsste stehen. Keine alten Ring. Oder immer noch keine alten Ring. Was ist denn, Drache? Okay. Okay. Jetzt ... Oster blöde Drache. Ich will nur gucken, ob hier irgendwo so eine Art Dungeon oder sowas ist in den Ruinen. Bevor ich in irgendeinen Kampf reingezogen werde, weil da leuchtet doch irgendwas. Aber wo kann das sein? Ah, wir gehen erstmal in die Kirche rein. Egal. So, mein Guter. Well, well, you took me at my words. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. Uh, I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Good, good. Now I shall hand her with the potion in question. Sel-Sel-Selubistrank. Erstmal gucken, was du dir anzubieten hast. Wann ich abhau, das entscheide ich noch. So, haben wir hier irgendwas? Nein? Küste plündern! Ein Speicherstein! Mega, 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 kann man gut gebrauchen. Da können wir auch noch hin. Wie kommen wir denn darüber, ohne da runter zu fallen? Ha! Geschafft! Schwarze Wolfsmaske! Okay, danke, danke, danke dafür. Nehmen wir doch gerne mit. Dann laufen wir da innen auch noch einmal rum. Vielleicht liegt da auch noch was. Oh, was war das? So, sah aus wie so ein Eingang. Aber leider nein! Äh, ein Jump. So, Rezepter. Ne Film. Wo kann ne Film sein? Wer ist überhaupt ne Film? Kriegstratege. Da müssen wir noch einmal nachgucken. Wo kann ein Albus? ein Zauberer. Alle. Händler. Ich hab keine Ahnung, ob wir dir überhaupt schon begegnet sind. Deswegen muss ich mal einen Überblick schaffen. Weil sonst habe ich nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Tops. Tops. Da war der Schmied. Fingerleserin. Dann bin ich dir wohl noch nicht begegnet. Lichtpilgerin. Dann höchstens noch hier unten. Händler. Oder wie finden sie noch? Das ist auch gut möglich. Aber dann hier was stehen, wer hier ist? Ne. Götterbrücke. Okay. Okay. Ähm. Unser nächster Punkt. Hier machen wir erstmal ne Markierung. Für ein Monster, das wir noch angreifen müssen. hier konnten wir nichts machen. Hier konnten wir nichts machen. Winterhaus. Würde ich sagen, reisen wir jetzt dahin. Hey. Herr Kumas. Wie schaut's aus? Ich bin hier am rumbildern im Norden. und habe nur noch keinen Plan, wo meine Reise hingehen soll. Ah shit. Ah shit. Ich wollte hier doch noch. Ah. Kann ich nachher auch noch, wenn ich den Drachen platt mache. Hm. Ich denke mal, wir reiten einen kleinen Zickzackkurs hier ab. den Weg. Und dann dahin. Sonst habe ich keinen Plan gerade. Den Osten könnte ich noch lündern. So. Ab zu eins. Mal gucken, was hier ist. Ein paar Skelette. Keine Skelette hier. Na also. Wird doch Zeit. Oh. Die Viecher sind scheiße. Oh. Komm. Schnell platt machen. Nein. Oh. Komm. Oh. Komm. Oh. 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 Aber war hier noch was? Ein paar Wolken. Ich habe immer noch keinen Plan, in welche Richtung ich jetzt gehen muss. Genau wegen der Hexe. Den Auftrag da. Und wo diese Nippel es ist. Aber wir werden es bestimmt rausfinden. Da bin ich fest davon überzeugt. So. Aua. Oh, ich sollte was trinken. Oh, eine neue Asche. Auch nicht schlecht. Was ist mit dem? Oh, ein Item. Kappe der jungen Gelehrten. Oh, Robe der jungen Gelehrten. Und eine Larventräne. Juhu. Hat es dir gelohnt. Guck mal, nehmen wir mal rum schnuppern. Aber jetzt erstmal da hinten hin. Oh, was ist das? Was zur Hölle geht da ab? Gucke ich mir gleich an. Oh, sieh mal an. Königsgräber. Könnten wir auch mal wieder machen. Ein paar Bosse abgrasen. Na, kommt schon. So. Einmal ablaufen, ob hier ein Dungeon ist. Irgendeine Tür. Ich weiß, das ist die langweiligste Phase. Aber wir wollen ja auch nichts verpassen. Oh, das war knapp. Ich weiß nicht. Greif ich das Riesenvieh jetzt an? So ist die Marker bei 2 noch an. Oder bin ich von 1 nach 3 gleich gelaufen? Nö. Oh. Nein. Nein. Und alles wieder mit minimalenergie. Ich lerne es noch nicht. Oder ich liebe das Risiko. Das kann man aussuchen. Ach ja, der Marker. Genau. Was für den nimmt? Löschen. Dann müssen wir da rüber. Zu 5. Ne. Zu 4. Also hier haben wir jetzt eigentlich alles abgegrast. Außer was da vorne. Ne. Da kommen wir ja her. Da ist auch nichts mehr. Shit. Dann müssen wir das ja mit dem dicken Wolf aufnehmen. Die letzte Gnade war da. Falls ich sterbe, muss ich ja gucken. Wie viele Runen haben wir? 4.000. 4.000. Das überleben wir, wenn wir die verlieren. Aber wir können nicht viel weiter, sehe ich gerade. Hier ist ja... Wenn mit Glück vielleicht hier. Ansonsten springen wir hier rüber und machen uns den Norden da unsicher. Na gut. Da ist noch so viel zu tun. Leck mich am Arsch. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte dann das hier machen. Jetzt. Jetzt können wir uns besuchen, Freund. Aua. Boah. Du bist ja... Alter. Hör mal auf hier. Trink mal einen Schluck. Was halt. Aua. Schnell was trinken, ausweichen und Angriff! Yes! First try! Wo ist deine Herde? Oh, alle tot. Doch nicht. Dann nochmal gleich. Boah, ich muss unbedingt meine Waffe aufleveln oder eine geilere finden. Na komm! Einmal noch! Haha! So, Mann, was ein Zickzacklauf hier. Aber es ist immer wieder schön, wenn man es dann doch schafft. Äh, Plan, 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 Richtung 5 laufen. Okay, aber erstmal gucken, ob hier noch irgendwo... Du musst noch irgendwas bewachen hier. Der steht doch nicht einfach so da rum. Ist hier irgendwie eine Ruine, ein Dungeon, eine Kiste. Na, nichts dergleichen. Schade, dann versuchen wir rüber nach 5. Ob wir da hinkommen? Ja. Vielleicht haben wir hier Glück und das ist ein Übergang. Was? Wer pfeift denn da? Wer schreit da? Ich hab da noch irgendwas kreischen gehört. Was sagt die Nachricht? Warum immer springen? Hm. Das ist eine gute Frage. Aber von hier aus garantiert nicht. Aber da... Warum ist da so ein Übergang? Warum ist da unmöglich da hochzukommen? Aber da sind schon welche gewesen. um einen ... Ich bin nicht so ein Sprungkönig, dass ich das schaffe... that's... Ne, das ist nichts für mich Das ist nichts für mich Da komme ich nicht weiter Vielleicht von hier Das war meine letzte Möglichkeit Ansonsten Hätten wir hier noch eine Ecke, wo wir nicht waren Könnten wir vom Tor aus abreisen Und dann haben wir das komplett fertig Aber ich glaube, hier sind auch nur Felsen Dass man hier nicht weiterkommt Ah, genau Das ist doch Da waren wir ja schon Na gut Dann Hier waren wir doch auch, ne? Ich glaube, ja Reißen wir mal hier hin Ich weiß, zum Zuschauen ist das immer der langweiligste Punkt Weil man nur am suchen ist Aber es gehört ja dazu Es tut mir leid Ich glaube, hier bin ich auch schon lang geritten Ganz am Anfang, bevor ich reingegangen bin Obwohl in dem See war ich nicht Und hier ist ein Übergang Und hier ist ein Übergang Definitiv Nur Frage wie Ich glaube, wir versuchen Mal zu gucken, was hier erwartet Kommt eine Krabbe Angriff versuchen Auf was? Das war zu schnell Sorry Hier versuchen Was denn Achso, hier Nein Jetzt weiß ich wieder Hier waren diese unsichtbaren Fußstapfen Wo ich den platt gemacht habe Gab es auch irgendwie eine Asche Oder Kriegsasche Oder irgendein Gedöns Gab es dafür So, jetzt wollen wir zum Übergang Mal gucken Ob das einer war Oh, ja Nice Kommen wir an der komplett neuen Ecke wieder raus So, die Felswand ist eh zu hoch Da komme ich so weit eh nicht hin Aber mein Plan ist jetzt erst mal Wollen wir jetzt hier erst zur Höhle? Ne Da gehen wir später hin Wir reiten Den kompletten Wegpunkt hier erst mal ab falsche Richtung Richtige Richtung Aber egal Erst mal Mir ein paar platt machen Oh, oh Das sind Steinmenschen Die muss ich mir anderweitig holen Und breite die Waffe wenigstens nicht ab Als Zweihänder Nehmen wir mit Ey, komm Einsammeln Und dann reiten wir jetzt in die richtige Richtung Können wir nämlich die Wände abklappern Ob hier Irgendwo ein Dungeon Ist Aber Ich glaube hier war ich doch schon mal bei dem Was hat der denn? Geräuchertes Fleisch Nein, bräunig Betört durchbohrte Gegner Okay Ein Rissschild Bolzen Pfeile Wie viel haben wir denn? Kompositbogen Das Handbuch Das könnten wir gebrauchen Das nehmen wir auf jeden Fall mit Und Pfeile Könnten wir auch jede Menge gebrauchen Oh, benötigte Ruhen Für 63 Kann ich ja besser herstellen Oh, warte Wir können ja was verkaufen Vielleicht Ähm Was brauchen wir denn nicht mehr? Boah, guck mal 34 Dunkelschmiede Steine Drei Vierer Aber kein Fünfer Da fehlt mir dieses Zwischending Ein, zwei, drei Vier Fünf Oh, auch Bis zu plus 15 Geister könnte ich auch mal weiter aufleveln Da verkaufe ich nichts von Haben wir irgendwas doppelt? Auch nicht wirklich Ähm Hier ist auch nichts doppelt Alles schon verkauft Schilde Auch nicht Rüstung vielleicht Oh ja Da kann man es verkaufen Das sind verschiedene Den kann ich verkaufen Die Mütze Rick Ritterhelm Das sind alles verschiedene Oh, hier Da haben wir ein paar Eins Zwei Drei Ciao Den haben wir doppelt Ansonsten nichts Naja, haben wir fast unsere Kohle wieder Aber nur fast Oh, muss erst aus dem Gebiet sein Halt Hier ging es noch nicht weiter Genau Oh Eine Kirche Hervorragend Eine neue Gnade gefunden Und da ist auch schon ein Item Juhu Eine heilige Träne Wer sagt es denn Oh, und ein Dungeon Ne, da kommen wir ja hoch Ich dachte schon gerade Und da sind wir hochgekommen Egal, können wir Unsere Flasche aufpimpen Hoffe ich ja mal Yes Geil Aber wir müssten langsam mal wieder Das Schwert In Wallung kriegen Kommen wir da hoch Ne Großer Baum Auf jeden Fall Da ist die zwei Oh, was bist du denn feiner Oh, easy Bolzen Na, hier liegen wieder diese Fragmente Da habe ich auch schon Bestimmt schon 100 Ui, was geht hier ab Action Aber es hat gereicht Alter Das hat gereicht Für mich Ja Fuck Ich brauche ein Pferd Pferd gegen Pferd Das ist fair Aber das nicht Shit Mit Ansage Warte mal Wo waren meine Runen Da Die Richtung So So Jetzt aber Dann holen wir uns den Heini da auf den Gaul zuerst Weg ist er Gaul Nummer 1 Ich habe gesehen Da hinten ist noch einer Scheibe Fleisch Kriege ich ja meine Runen Vielleicht wieder Aua Oh, erst mal den Magier da Dann in hier Blute du Sau So Geschafft So macht man das Nicht so Affig Wollte ich schon sagen So dumm wie vorher Oh, da ist der nächste Reiter Na, den kriegen wir vielleicht auch Ohne Blutung Aua Na Hervorragend Aber trotzdem Ist mein Plan Gerade etwas Daneben Weil ich da gerade Wieder nicht runterkomme Machen wir gleich Wir reiten erst mal Das hier ab Würde ich sagen Ähm 1, 2, 3 Ja Dann haben wir einen Plan Ähm Ein bisschen zickzack laufen Vielleicht könnte hier irgendwo noch was liegen Ich meine was wichtiges Ich meine was wichtiges Lauter Nachrichten Oh, ein Item Eine goldene Rune Wer hätte das erwartet Aber irgendwie komme ich gerade wieder voll vom Pfad ab Da wollte ich doch gar nicht hin Ei, 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 ei Nach 1 wollte ich Den hole ich mir nachher auch noch Oh, was ist hier Meine Kirche Genau Warte mal Wie sieht es da Marker Nein Ich will doch Nur noch 1 Hier sieht es ja selber Bei so Open World Spiele Man nimmt sich was vor Man sieht was schönes Ist abgelenkt Und weg ist man Genau wie jetzt wieder Warum bin ich hier Ich habe keine Ahnung Aber ich reite jetzt trotzdem hier lang Weil da wieder die Kirche ist Haha Aber sehr gut Das heißt schon mal Hier habe ich nichts verpasst Dann können wir ja beruhigt zu 1 reiten Das sieht immer so verlockend aus Solche Ecken Da denkt man immer Ja Da könnte was sein Umsonst sind die gar nicht da Da haben wir den geschlechtet So Zwei wollten wir hin Wo ist auch nicht der Typ auf der Brücke Voll die Orientierung verloren Aber ein Reiter Sind die auch verstärkt Oh Materialien sammeln Alles mitnehmen Das hat auch bestimmt einen Grund Da vorne den habe ich auch platt gemacht Da hinten ist noch einer Wo sind die zwei Da oben Ah vielleicht kommen wir da auch hin Alle Wege führen nach Rom Oh was ist denn da unten Ah da waren wir auch schon durch Oh kein Item Ja Wie kommen wir jetzt da hoch Müssen wir wieder außen rum Und das sieht nicht gut aus Von hier kommen wir nicht hin Es sei denn Wir kriegen unser Pferd zu magischen Sprüngen Na komm Jawoll Du bist der Beste Oh Ein Schädel Hey Das sind immerhin 200 Ruhen Stellt euch mal nicht an Zwei Da wollten wir doch hin Wo ist denn Wo ist denn der Freak Der hier langlief Allein der ist da vorne bestimmt Meine gute Fingerleserin Was ist denn Was kann nur Drei Ah, und da brauche ich die zwei Halbmünzen für. Nicht normal, also kann ich hier wohl erst durch, ich gehe erstmal zur Rune, äh zur Gnade meine ich, bevor mir was zustößt. Dann gucken wir mal, was die Tür sagt. Oh, ich kann da durch. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Oh, da war ich doch schon mal drin. Ja, da war ich doch. Sind nicht die Königin im Schulklassenraum? Ja, genau, 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 genau. Jetzt weiß ich wieder Bescheid. Wir sind wieder in der Akademie. Aber da wollte ich nicht hin. Wir wollten erst noch die Ecke ein bisschen verwildern. Schauen, ob wir da überhaupt was bekommen. Ansonsten haben wir noch den großen, weiten Osten vor uns. Ah, jetzt sind die Reiter auch wieder da. Fuck. Naja, egal. Die drei nehmen wir jetzt weg. Wir reiten hier hoch, soweit es geht. Ansonsten beamen wir uns hier runter und laufen den Wald hoch. Dann haben wir die Ecken da auch abgegrast. Oh, da kommen wir gar nicht hoch. Wo habe ich die Markierung denn gesetzt? Komm ich gar nicht ran. Naja, ist auch nicht schlimm. Machen wir sie weg. Aber dafür haben wir hier wieder was zum Untersuchen. Ein Schmetterling. Vielleicht finden wir ja mal wieder nach einer Ewigkeit einen Dungeon. Haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden, so. Eine Höhle. Oh, ich höre da oben aber auch schon wieder Sachen, die gar nicht gesund sind. Was haben wir hier denn schönes? Nee, das müssen wir nur lernen. Puh, das war schon mal ein bisschen besser. Und dafür gibt es ein Item und noch ein Item. Eaten Eye. Ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Hab ich noch nie benutzt. Stampfen wir jetzt hier auf jeden Fall noch so einer krassen Schildkröte wieder an. So, da hinten wollten wir noch die Ecke weiter gucken. Hier können wir runter. Cool, dann komm. Obwohl, können wir da nicht noch weiter? Nein. Doch, können wir noch ein Stück. Gott sei Dank. Oh, was ist da? Da ist auch schon wieder was. Ach. Aber erstmal gucken wir hier. Den Wald können wir uns gleich vornehmen. Schön am Rand lang laufen. Wie gesagt, manchmal sind da wirklich Dungeons, womit man nicht rechnet. Kann ich nur so als Tipp geben. Das klingt zwar blöd, aber... Umschauen muss man sich halt überall. Halt. Wo sind wir hier? Oh, da kommen wir ja auch auf eine Festung. Oh, da wird auch noch riesig da. Da ist auch noch was. Alter Schwede. Ich glaube, bevor wir diesen Nordteil angehen, will ich aber erstmal, dass die kleine Ecke hier noch fertig gemacht wird. Und dann sind wir langsam auch stark genug für den Osten. Kommen wir danach wieder da hoch. Ja. Es wäre jetzt so mein Plan, den ich jetzt so umsetzen würde. Oder umsetze. Oh, Viechers. Komm her. Oh, eine goldene Rune. Kann ich denn da nicht? So, die Ritter hatten wir ja schon. Da, den Hügel, die hatten wir auch. Brauchen wir nicht alles doppelt und dreifach. Es sei denn, der kommt und pisst mich nochmal an. Aber da ist noch einer. Und ein Feuerkerl. Aua. Verbrennt er hier einfach. Was ist das? Wo zur Hölle kommt das her? Da hinten, die Katapulte. Boah. Abgefasst. Da müssen wir doch noch ein bisschen hier rumgucken. Vielleicht ist hier noch was. Bei der Kirche oder dahinter. Also die drei kann ich erst mal vergessen. Vielleicht zick zack zack zick. Oder vielleicht kommen wir hier weiter. Da sind sie ja schon. Haha. Umlaufen habe ich euch. Okay, so ein Feuertyp. Der geht nur jetzt schon auf den Sack. Da haben wir jetzt zufällig noch eine Gnade. Weil das wäre geil. Was? Was ist hier? Ratten. Von wo gehe ich denn da am besten die Sache an? Von der Seite? Vielleicht ist das eine Lösung. Könnt's ja mal probieren. So, Ratty ist auch in die Bahn. Irgendwas höre ich. Ganz schrecklich. Was ist hier los? Wahnsinn. Warum? Wow. Ja, aber das ist ein perfektes Timing. So schräg es sich anhört. Wir springen jetzt. Wo haben wir uns runüberpulern? Da. Dahin. Zu der Kirche. Speichern ab und machen beim nächsten Mal weiter. Das würde ich sagen. Und so haben wir uns den Norden schon mal reglich verdient. Dann speichern wir. Und sagen goodbye für diesen Abend. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Dass ihr zugeschaut habt. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und wünsche euch viel Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.